Wien impft als erste Stadt in der Europäischen Union Schwangere gegen das Coronavirus. Das hat das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker von der SPÖ am Sonntag bekannt gegeben. Wie es auf APA-Anfrage heißt, sind die entsprechenden Vorbereitungen im Gange. Falls der Zeitplan hält, kann ab Mitte Mai mit dem Impfen werdender Mütter begonnen werden. Auf Initiative des Wiener Gesundheitsverbundes hat das Nationale Impfgremium Ende April Schwangere als Priorisierungsgruppe in den Impfplan aufgenommen. Damit bekommt die Bundeshauptstadt die Möglichkeit, Schwangere ab der 13. Schwangerschaftswoche mit Schutzimpfungen gegen Covid-19 zu versorgen. Abhängig davon, wie viel werdende Mütter sich für eine Corona-Impfung interessieren, werden die Impftermine für Schwangere ohne Einschränkung freigeschaltet. Hochschwangere werden diesbezüglich priorisiert.